Am 10. Juli ist es endlich soweit. Die DVD und die Blu-Ray von Die Andere Heimat kommen in den Handel. Sie können sie nun online bei allen bekannten Shops bestellen oder in vielen Elektromärkten mit gut sortierter DVD-Abteilung finden. Oder Sie fragen Ihren Buchhändler in Ihrer Nähe. Auch dort wird man Ihnen sicher in vielen Fällen die DVD oder die Blu-Ray beschaffen können. Den Verkaufsstart, den viele Fans schon sehnsüchtig erwartet haben, nehmen wir zum Anlass und haben ein Gewinnspiel für Sie vorbereitet. Und zu gewinnen gibt es folgendes. Wir verlosen zwei DVDs, Die Andere Heimat, zur Verfügung gestellt von Concord Home Entertainment. Und nun die Gewinnfrage. In welchem fiktiven Ort steht die Schmiede der Familie Simon? A. in Moorbach, B. in Raunen, C. in Schabbach oder D. in Kirchberg? Schreiben Sie Ihre Antwort in eine E-Mail an gewinnspiel-at-heimat-fanpage.de Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen oder Ihre Anschrift anzugehen. Und sollten mehr richtige Antworten als Preise eingesendet werden, wovon ich mal ausgehe, dann entscheidet es los. Einsendeschluss ist Sonntag, der 13. Juli 2014. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Wir werden die Gewinner schriftlich benachrichtigen und hier im Internet mit Namen und Wohnort bekannt geben. Und jetzt bleibt mir nur noch eins, nämlich Ihnen viel Glück zu wünschen. Wir werden die Gewinner schriftlich benachrichtigen und hier im Internet mit Namen. Wir werden die Gewinner schriftlich benachrichtigen und hier im Internet mit Namen.